Hallo und herzlich willkommen im Waldcamp. Ich bin der Betreuer hier und ich möchte euch gern von zwei Kindern erzählen, die bei mir zu Gast waren. Der eine heißt Florian. Der wollte erst gar nicht herkommen, aber als er dann im Bus die Lara kennengelernt hat, da hat es auch ihm total viel Spaß gemacht. Lara ist nämlich eine kleine Sternenexpertin. Sie hat ein eigenes Fernrohr und ein Buch über die Himmelskunde. Besonders gut hat allen Kindern natürlich die Nachtwanderung gefallen. Da konnten wir mit dem Fernrohr den Jupiter sehen und auch den Mars, den roten Planeten. Und der Förster, der auch mit war, der hat den Kindern die Mondfinsternis erklärt. Ja, das war schon eine ganz besondere Nacht. Vor allem als der Florian dann geheimnisvollen Besuch erhielt. Sind da etwa Außerirdische im Wald gelandet? Ha, ich kann euch sagen, das war richtig aufregend. Schaut euch doch die ganze Geschichte an und seht, wie sie ausgegangen ist. Hier, im Planetarium. Ich freue mich schon auf euch. Tschüss!